Die vier Seiten der Medaille, die ich zusammen mit Christoph Hornig gemacht habe, das ist eine Vertiefung des Schattenprinzips, eine Erweiterung auch, dass wir noch einen Schritt tiefer gehen können und noch ein bisschen besser fertig werden können, im positiven Sinne fertig werden können mit unserem Schatten. Nicht um ihn loszuwerden, sondern um ihn zu transformieren. Da gibt es ein wunderbares Vier-Schritte-Modell, das uns in dieser Vier-Quadranten-Lehre ja auch schon vertraut ist, wo wir sehen können, wie wir alle Seiten des Schattenprinzips nutzen können. Wir haben erstmal schnell diesen Schritt in die Polarität. Das ist noch ein Stück über das Schattenprinzip hinaus, wo wir diese Fragen hatten und so weiter, mit denen man sehen kann, wie man eigentlich jede Schattenthematik im zwischenmenschlichen Bereich lösen kann. Und hier geht es jetzt wirklich, die Möglichkeit gibt es, alles damit anzuschauen. Wo immer uns Schatten begegnet, das ist völlig egal, ob im persönlichen Bereich, im partnerschaftlichen Bereich, im beruflichen Bereich, im politischen, wirtschaftlichen, egal. Das ist möglich und bringt die Schattenarbeit nochmal ein deutliches Stück tiefer und bin ich sehr froh darum, diesen Impuls bekommen zu haben und dem auch nachgegangen zu sein. Die vier Seiten der Medaille, das ist mehr als doppelt so viel als die beiden Seiten der Polarität. Die vier Seiten der Medaille, das ist mehr als die beiden Seiten der medaille, die in den Polarität. Die vier Seiten der Medaille, das ist keine der Medaille, das ist mehr als auch der Medaille. Das ist natürlich nicht so, dass sich die beiden Seiten der Medaille wird, die in den Polarität ist für die beiden Seiten dieser Metaille. Die Dörer ist nicht so, dass du den Polarität, ins conspiracy. Und dann bis zum Beispiel, dass die Medaille, das ist nicht so, wie du aus ein bisschen über das Geld dünnen. Vielen Dank.